und zurück was kannst du dich 321 rücker zählt jetzt gerade gemacht ja aber ich habe die auf aufnahme gedrückt ja dann fangst du mal an jetzt das kommt als ausdruck mit rein das muss als ausdruck oder 83 okay ich hab 70 also 321 hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge dead by daylight mit ccg mit dabei ist toby der fürst der finsternis und dann der cheapy crazy das durchgeknallte pferd und natürlich irgendwas drückt ja wirklich ein pferd mal vor die haustür aber du hast doch auch so ein pferd damit musst du dich abfüllen das hat jetzt einfach nein hat natürlich eine lange schnauze haben die ähnlichkeiten haben beide vier füße das stimmt aber sie kopf ich sagte ja das war ein färbelwesen was er da versucht hat ich mache es das nächste mal besser die am sagen und der virus ja ja wir uns noch gar nicht dran ja doch habe ich gesagt ja aber wir haben dann hat die dazwischen da hast du mit dem satz aufgehört ist ja nicht schlimm naja jeder weiß wer ich bin nein wer ist es denn wir haben die der bedurte sportding da das äh 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 die hexe ja die nurse ach so aber sie achten mich nur sie schlägt mich zu wieso schlägst du schlag mich komm schon ich brauch das jetzt schlag zu schlag zu schlag zu ist jemand masochistisch anlackt oder was wer ist das hier am generator also ich blubblat da nicht rum ich war auch nicht knallen lassen wer war das denn ich nicht ich glaub die will formen war bestimmt der render sie ist sie weg die hat mich schon lange erwischt du meinst wohl erwischen könnt alter konzentrier dich doch mal mensch die kommt ja die macht nix wo kommst du wirklich nicht fragt vielleicht musst du nur jagen hat wahrscheinlich eine quest konnte ich mir vorstellen da steht nur blöd herum eben genau ich denke dass die eine gewisse zeit wahrscheinlich ja die geht mit dem kopf alles klar haha 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 ja ja wir werden weil ich kaum ist die bruder weil da kommen die kunden haben gefehlt den ist nicht da hinten gemütlich schlagen will ich denn niemand heilen ich mache generatoren und dann muss er irgendwann enden jetzt spielt die mit euch oder was ja natürlich die farbpunkte cool unten im keller werden medikit wenn einer weinen zu möchte also ich hab's ja abgehängt nachdem ich ihr zwei paletten runtergekloppt habe ja dann kannst du zweimal zertreten da könnt ihr doch jetzt machen dann kriegt ihr nämlich beide gleichzeitig punkt aber für generator machen und einmal für flucht das heißt ihr kriegt eine strich beim rang dabei weil nur flucht bringt es nicht ihr haltet euren rang ja ja leid ich auch nicht genauer tun Es leben die Gents, es leben die Gents, es leben die Generatoren. Ach, die Flues auch hier. Natürlich, ab und zu, lasse ich mich blicken. Machen wir jetzt aber eine Frauenrunde hier am Generator. Ja. Ich wusste ja, dass verhalts eine Frau, so dass es zu gibt, hätte ich es nicht erwartet. Das stimmt, du hast recht. Hoffen wir das nicht letzten wegen Kleidern? Ja, genau. Ja, langsam wird. Da war was. Aufgerechnet. Virus, äh, trägst Kleider, ach so. Ist dort. Mhm. Virus ist ganz verstummt. Der liegt. Ja, lass mich hier liegen. Die ist weiter nach hinter mir. Da sitzt einer am Generator, da ist sie jetzt. Oder zwei. Gehneuer. Das kann dich auch aufhängen, wenn du willst. Das will ich, das will ich sehen, Anna. Das ist doch geil. Scheiße, ich kann dir nicht und dann drauf gucken, man. Das ist doch scheiße. Ja, ich kann das kurz in der Hand ziehen. Geht's vielleicht besser. Mhm. Wuuu. ich will mir noch die will mich nicht schlagen schlagen die will nur punkte kommen wir kriegen sechs punkte dafür dass wir wobei hier stehen na ja ich weiß warte doch bis es ist die starke ich habe noch bloß punkte bleibt extra drin stehen dann der ram zum tor wer kommt öffnen wer ist der schnellste ja ich wurde geschlagen das würde cool an erinnert mich an meine kindheit ich will alles was wir in der kiste ist das ist meine kiste ich fühle mich verarscht ein weißer werkzeug koffer du blöde sau das war meins wieso alle ich habe die luke gefunden ich habe die kreis ich habe den geist gewonnen der ruckelt cool was denn geist die luke alle da ist man kann sagen wenn ihr rausgeht nämlich die luke ja ich glaube ich will dir was sagen die fliege ist sehr mutig die ist mir gerade direkt unter das auge geflogen und jetzt ist an mein bildschirm aber das geht die fliege macht ein eräusch überfliegen im vergleich zu anderen viechern heißt der nachts geschlafen also ist mir egal dass du das er kann schlafen wer hat die luke noch mal tobi der mehr rausgehen ja ja ihr könnt auch zur luke ich soll aufmachen die kinder hat bevor ich hab jetzt und dem keller das will ich hätte man mitgenommen die steht doch überhaupt draußen jetzt jetzt gezeigt danke danke für die schlage du gut das schaut doch mal aus alter das geht nicht wo kann ich halt warum stecke ich hier fest in mir ist ja so merke ich danke tschüss tschüss du steckst in mir fest alter 5 bin ich in dir festgesteckt gute frage du bist jetzt raus tobi wir sind doch alle raus ja weil du die luke gefunden hattest ich war bei euch um jetzt mal aufmachen ich soll sein feieres nehmen auch noch ein bisschen länger und hätte weder gekriegt du die fliege wollte mir gerade irgendwie ins ohr einfliegen du das ist ein guter punkt geht mal weg da da vorne zwischen den zwei schienen glaube ich da das ist voll krass die fliege für die hand wie heißt das da ja häng ihn auf da wollte er auch nochmal punkte geben für einmal zuschlagen wenn dann schon dann richtig ne ich habe mal max punkte alter was geht hier ist der max punkte ne ja daily ja 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 dann na dann mission das ist deine die ansage die du ja das war's wieder mal von dead by daylight bis zum nächsten mal ja das ist mein sinn davon